hallo leute herzlich willkommen dabei tom clanks rambo 6 segel und wir spielen ich spiele heute wohl allein heute ohne max ohne mike weil die habe kein bock okay weiß auch wie max hat keinen bock mehr aber mike und der juli hat glaube ich ein bisschen kein bock mehr zu lesben dann mache ich schon allein ich bin irgendwo gut haben wir gefunden das ist oben hoff ich Scheiße, wir räumen es hier auch. Der Redmachung ist durchbruch. 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 Nein? Nein? Der Redmachung ist durchbruch. 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 Ich fühle munition nach! Nur noch ein Gegner übrig Der ist draußen Wir haben es momentan geschlossen, die Räumtiefahrung ist in ihrer eigenen Sicherheitsgeburt Und komm! Jawoll! Jetzt kommt der dritte So, wir nochmal Diesmal wird er ein bisschen besser als der letzte Und einer will nicht auswählen oder was? Oder wie? Oder wo? Oh Der Bino-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden Hm Oh, nice! Nein! 10 Sekunden bis Einsatz Oh, super! In 5 Sekunden Weiter zum Standort des Bio-Gefahrguterhälters In 5 Sekunden 1 2 2 2 3 2 3 2 3 der hole er war oben Aschloch jetzt die muss ich auch nicht mehr weil ich bin so zu lang und so ein so einsam ja klar blöde ich kann mich nicht bewegen wir verlieren wir verheben gleich von uns ja von uns ist ja ist super mir ist so lang weil ich kann so machen einfach so und 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 der über meint okay lalala kommen nämlich denn da habe ich die waffen nicht so gut hä wieso nehmen diese recruits ok besser ok oh oh mit platziert fuck doch doch was für mich Nein, ich wollte nur, das ist diese Fuggebobbe auf, ich will nicht, das wird explodieren, ich wollte zu schnell machen, ich muss ja wahrscheinlich zur Stadt gehe, erstrucken, ich bin so blöd. Das kann nicht sein, okay, jetzt haben wir verkackt, vielleicht ich konnte, jetzt muss ich 5 gegen 4, ah 4, 4, gut. Boa, ich hasse es. Boa, ich hasse es. Boa, ich frage, woher kommen die? Hm. Die haben noch 1,30 Meter Zeit. Na komm. Ein Gegner verbleibt. Oh, nicht schlecht. Ne, ne, das ist scheiße. Schau nicht auf die Fenster, weil das ist scheißbeschissen. Moment, wie kannst du die Gegner nicht sehen? Jawohl. Jawohl. Gewonnen. Ihr seid der Beste, Leute. Ihr seid der Best. Ich hoffe, die haben wir bestanden. Schauen wir gleich. Ja, gewonnen. So, Leute. Ich werde sagen. Das war's. Und wir. So nix mal. Ciao. 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 Ciao.